Und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier in Venedig auf unserem kleinen Minecraft-Server. Minecraft-Server. Du hast jetzt schon wieder ein Echo gemacht, wie in der ersten, nein, egal. Ja, wir haben ein kleines Infovideo-Videoleinchen zu unserem Kanal für euch. Und zwar werden wir unseren Kanal jetzt ein bisschen umstrukturieren. Also es wird eigentlich im Grunde genommen alles so laufen wie bisher. Wo ist der Marktplatz? Da. Also wir werden weiter das Let's Play Together machen. Aber wir werden weniger Sachen oder weniger Let's Plays machen, wo nur eine Person von uns drin ist. Also zum Beispiel diese Let's Plays alleine. Wir werden dafür ein bisschen mehr machen, was wir zusammen machen. Zum Beispiel Rätselmaps etc. wird dann in der nächsten Zeit mehr kommen. Und Let's Plays alleine wird es immer noch geben. Allerdings hat jeder von uns dafür einen eigenen Kanal. Timo ist sich da noch nicht so sicher, ob er jetzt wirklich so alleine was macht. Aber der Kanal existiert und er heißt... Timbo LP. Paddys Kanal heißt... Paddy zockt. Und mein Kanal heißt LordToadLP. Die Links dazu werden dann hier irgendwo im Video rumflattern. Da könnt ihr ja mal draufklicken. Ja, und da werden dann entsprechend Let's Plays kommen. Oder Sachen, eigentlich nur Sachen von uns alleine. Also je nachdem, wer da halt ist. Und auf dem Kanal, wo ihr dieses Video gerade guckt, also Magical Real Life, kommen halt nur Sachen. Oder größtenteils nur Sachen von uns zusammen. Und das war dieses wunderschöne Infobjekt. Ja, volle... Ne, wir haben eigentlich alles, was wir sagen wollten. Was du sagen wolltest, was wir sagen wollten. Frechheit hier. Ja, mein Gott, ähm... Ja, was mehr machen, weiß ich nicht. Kann man nichts mehr mehr sagen. Ja doch, hier, total Werbung. Hier Info, äh, Info-Server, auf den Server kommen, uns abonnieren, alle Kanäle von uns, äh, favorisieren, kommentieren, äh, masturbieren. Ne, das Letzte lasst ihr weg. Doch. Und, was? Auf meinen schon. Was, auf dich so... Och, Timo. Oh, Timo, kacke. Okay, ja, äh, cut, cut, cut. Okay, ja, äh, cut, 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 cut.